Mein Name ist Marcel Bossler von der Firma COT. Seit über 40 Jahren sind wir einer der führenden Lösungsanbieter im Bereich Druck und Auto-ID. Wenn Sie auf der Suche nach einer nachhaltigen und effizienten Supply Chain sind, dann ist unsere neueste Innovation, das COT ePaper, genau das Richtige für Sie. Unsere Lösung ersetzt den Druck von Papierdokumenten aller Art, indem die gedruckten Informationen im Bildformat auf ein mobiles Endgerät geladen werden. Durch den schnellen Informationsfluss können Sie Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig Ihre Kosten senken. Wenn Sie Ihren nächsten Schritt in Richtung digitale und umweltschonende Supply Chain planen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Nutzen Sie die Gelegenheit und klicken Sie auf den Button unter oder neben dem Video und vereinbaren Sie ein kostenloses Informationsgespräch. Unsere Experten beraten Sie gerne.